Huiiii! Nix passiert. Viel Spaß. Hallo liebe Leute, heute hat euch der Pratikant Osterwitze mitgebracht. Viel Spaß! Muss ich wirklich so rumlaufen? Äh, natürlich muss er so rumlaufen. Okay. Hoppen zwei Hasen nach China. Sagt der eine zum anderen, äh, wir hätten Sterbchen mitnehmen sollen. Hier fallen wir auf mit unseren Löffeln. Hehehehe. Der Vater krält seinen Sohn auf. Also, du musst es endlich mal erfahren. Der Osterhase, der Weihnachtsmann, das bin immer ich gewesen. Weiß ich doch längst, beruhigt ihn der Kleine. Nur der Klapperstorch, das war Onkel Jochen. Hehehehe. Immerhin besser als der Postbote. Hehehe. Treffen sich zwei Rühreier zu Ostern. Sagt das eine, irgendwie bin ich so durcheinander. Hehehe. Der feste Freund der großen Schwester ist Ostern zum Mittagessen eingeladen worden. Nach dem Essen sagt er artig, Mein großes Kompliment. So gut habe ich lange nicht mehr gegessen. Da meint der kleine Bruder schnell, Wir auch nicht. Hehehe. In diesem Sinne wünsche ich schöne Ostertage und bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss. Tschüss.